hey leute willkommen zurück zu the council wir haben jetzt letztes mal alle zimmer durchsucht und wir gehen jetzt einfach mal schlafen mit louis ansonsten fällt mir jetzt auch nichts ein was ich noch tun könnte weil wir haben mit allen gesprochen also emily wollte ja nicht mit uns reden die falsche emily vielleicht die emma wer weiß ich glaube emma ist gerade bei ihr auf dem zimmer amma helsborough und was gibt es sonst noch zu tun louis de richet vielleicht haben wir jetzt eine kleine überraschung und jemand wartet auf uns das war ich aber zu bezweifeln oder wo vielleicht doch ich habe ich mir gedacht dass jemand kommt vielleicht sogar emily will schon wieder louis open up please coming mr president i'm coming louis ah there you are at last yes i just saw your mother she was accompanied by emily and they both went into the duchess's room i tried to join them but i was refused entry louis this does not bode well oh shit emily might want to avenge your sister i must act quickly you're right mr president thank you warum hakelt das immer so wirklich das liegt leider am spiel leute das du lässt ihn allein in deinem zimmer das würde ich aber nicht machen hat an der stelle louis also es war doch nicht und war wirklich und also das muss doch ein missverständnis sein oder entweder reden diese angeregt oder man hört ja ich muss glaube ich doch über den balkon rein nach das schloss natürlich ich kann es nicht öffnen es muss auf der anderen Seite blocken werden muss ich jetzt aber nicht sehr oder hört sich das ein bisschen aggressiv an wie die da miteinander reden ich finde das ist eigentlich eine ganz normale konversation die sie geführt haben napoleon bei peru komme ich ja leider nicht rein also jetzt geht es natürlich da kommen die zwei punkte oder einfach versuchen ne komm heimlichkeit geht doch das geht doch vorsichtig ja ich sag ja bloß nicht beeindrucken lassen von sowas noch was vielleicht da geht es in perus zimmer will ich auch nochmal rein auf jeden fall aber ist alles zu leider ach gott der liebe jacques peru und lieb ist er ja nicht gerade wie wir wissen aber irgendwas ist mit ihm los und irgendjemand hat ihn da also ich meine natürlich was wir geben sonst einfach mal ohne zu klopfen über die terrasse wow oh was so die beiden schwestern thank you for consoling the queen the king situation is worsening but i wager her recover from this present fit next time you speak with her majesty the queen would you please be so kind is to ask her to look into my petition to raise taxes with the king i will personally see to it that our nation will recover from this impasse but king george's mental situation is slowing down our decision taking thank you in advance die zieht auf ihre eigene schwester jetzt ist die frage wer ist emily und wer ist emma und da ist unsere mutter wahrscheinlich hätte sie niedergeschlagen aber what on earth is you mother how dare you do this to me you can talk after everything i've done for you you are joking i hope right i gave you my life that's enough emma now that louis is here you will leave sarah alone cease your revenge immediately what what if you think you're going to louis help me i beg you i can no longer reason with her i am emily quit playing games i what honestly don't be ridiculous no i am emily you are wasting your time louis knows very well how to tell us apart after everything we've been through together yes well don't you dare bring him into this this is between you and me i ask for nothing more so stop taking it out on sarah i you pretty little bitch how dare you now that i've told you everything you want to take my place do you you are joking i hope i'm the one who told you everything that's been going on while you were away go on then that's what you want isn't it you want to kill me go on then shoot after all the trouble i've gone through to find you go on what are you waiting for here louis take this wait what's going an entire life for this go on shoot sorry louis i can't shoot her she's my sister that's enough emma louis out of the way she's dangerous don't trust her what are you trying to do louis out of the way i am not emma come on louis tell her who the real emily is wait that's right louis i'm fed up with this little game tell him who the real emily is why do these things always happen to me well louis come on you know how to tell us apart right yes yes but i'd like to ask you a few questions to make sure there's no doubt rational and open louis let's see how can i tell them apart wait i've got an idea on the night of our arrival hmm on the wharf something happened to me what was it a malaise the moment you arrived you felt ill and i offered to help while piagi went up and you turned me down flat right let's find something else ah yes let's speak about my arrival at the manor warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal vielleicht kann ich sie gegeneinander ausspielen vielleicht sind sie nicht beide ja seht mal immunität logik und emma weiß man noch nichts oh immun oh das ist gut when we arrived at the manor someone was already present in the great hall nicht gut mal was it president washington she knows about this part as well i'm warning you obviously i told you very well let's try something else on the first night we went up to bed but i wasn't tired i went for a little stroll did we get a chance to speak indeed we did even with a knife at your throat and for good reason you had no business being in my room in my room what did you ask me the reason why you were in my room of course i asked you if it had anything to do with the order stop there and i threw you out without ceremony don't think you're going to get away with this deception so easily i can assure you you're going to regret pretending to be me once louis has exposed you right i don't think i'll get very far like this i'll have to find something better oh i don't think i'll even wait until he's finished take it easy now are you mad louis lower your arm i better act quickly if i don't want things to get out of hand come on she's putting one over on you look at yourself for crying out loud you were prepared to shoot me down what could we not fragen in the secret room behind the study talk to them about what you've been doing maybe they haven't spoken about it between each other yet on the night of the disappearance of elizabeth adams what about it what do you want to know about that night i'll ask them behind me maybe ablenkungen gegen was is she not immune psychologie aber warum nutzen wir nicht psychologie gegen sie immunität gegen logik da würde ich mal sagen wir suchen mal ablenkungen we found ourselves in mortimer's secret gallery what relics did we find property deeds in mortimer's name dating from very long ago is that all you mean all those mythological charms so there was the so-called pandora's box that wasn't a box actually the famous golden fleece that reeked of dead gunt a broken soul that could have belonged to anyone is that enough yes that's enough you look captivated of course he bought it that's enough i've had enough of this charade louie there's only one way to tell us apart there's just one thing i didn't tell her about in detail too bad for you emma i didn't want it to come to this but you leave me no choice ask her about you and i you just lost emma i indeed didn't tell you everything about it come louie speak about our intimacy very well let's talk about us oh psychologie ist die schwäche last night you came to visit me and i can't help wondering why why did you come to my room louie you must be mistaken i did not go to your room last night and that's where your little game ends emma because i never told you about it so there you can't answer what no you didn't do that i didn't want you to be jealous of louie remember how you always used to react whenever you felt you were competing against a man you that's enough i've had enough of this charade that's enough both of you now i know who the real emma was by me emma was by me emma was by us so we were with both of them gepimpert it's you emily no louie she is manipulating you profile but is that is that right oh god i think that is the right what is that right what is that right weniger oh ne befragung kostet weniger wow i'm so doof it's her i know it despite all the trouble you've gone to to put one over on me i know it is her that's enough now emma you little slut don't think you are going to get away with this so easily you are going to stop your little game right now never i am duchess hills emily i am the duchess but you don't i dear god what have i done see what you've done see louis mother what on earth is go away you must go everyone is going to arrive louis what's going on duchess is everything all right come on louis there's nothing more you can do but i leave us emily what's going on mother go to the crypt i'll meet you there i'll be waiting for you emily madam i am coming in it was bound to end like this louis oh nein emily let me stay with her please go i'll cover you what emily what are you doing that oh you have to vermute god damn it now what's going on wir haben zwar vermutet dass wir beide beglückt haben wahrscheinlich also war das gestern emma bei uns die hat mit uns oh nein hätten wir das wohl nicht getan na gut aber wir konnten sie ja nicht wissen ich meine na jetzt gibt es wirklich nur noch eine hillsborough oh was ist denn hier los ist das van wolner oh okay der liegt halt mal hier rum lass ihn mal liegen oder was was ist mit van wolner warum kann ich denn nicht na gut ich meine wir müssen ihm ja nicht helfen offensichtlich ja hey sag mal was 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 soll das denn der liegt jetzt hier rum und wir können nichts tun oder was ah das ist ja bescheuert wir können doch nicht zur perue rein was macht der hier und louis ist es wohl komplett egal das ist ja unglaublich ist das jetzt vielleicht ein fehler dass ich ihn nicht ansprechen kann oder überprüfen kann hallo der liegt halt einfach mal da rum und schläft ein bisschen ist ja okay dann gehen wir mal schade ist das jetzt ein bug aber warum hat sie ihre schwester abgeknallt ich meine ich verstehe das nicht die waren sich doch ein herz und eine seele die beiden also oh man ich leute ich verstehe gerade gar nichts mehr warum hat sie ihre eigene schwester getötet ich meine ich wusste schon die ganze zeit dass sie das jetzt ist weil ich meine das ist ja das offensichtlichste was man macht wenn man ein zwilling hat da versucht natürlich sofort der einzelheiten rauszurücken der nicht der richtige zwilling ist versteht er und sie hat ja sofort angefangen ah louis wir kennen das doch oder oh mein Gott 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 ich war total empört weil ich glaube nicht dass sie nur mit ihm geschlafen hat weil sie ihn ausnutzen will sondern weil sie ihn wirklich mag ja 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 hatte ich auch nicht vor ich weiß ja was passiert ist hier der Diener hier wieder ich kann ihn leider nicht ein bisschen rumschikanieren oder kann ich eigentlich auch hier durch jetzt oder ist der Raum verschlossen nachts aber ich will ja in den Garten in die Krypte wissen was da noch passiert oh ist das fies Leute oh ist das fies Leute die ganze zeit sagte sie sie wie ihre Schwester finden weil sie sich Sorgen macht und überhaupt und pipapo und jetzt knallt sie sie einfach ab was heißt einfach ich wusste ja nicht genau was geschehen ist ich wollte noch lauschen und dann auf einmal war es zu spät verdammt aber es war doch gar nicht so eine angeregte Diskussion als würden sie sich gleich abknallen das hat sich jetzt für mich nicht so erschlossen ich sag ja ich mag immer die egal was sie für ja wahrscheinlich wegen ihr sagt jetzt wahrscheinlich wegen ihr Brüsten ne magst du ne die Frauen werden es vielleicht verstehen nein Spaß ne ich mag sie wirklich sie ist mir sympathisch sie tut nur so als wäre sie die stärkste oh die stärkste Person hier drin aber dabei ist sie auch hilfsbedürftig sie braucht jemand dem sie vertrauen kann hier drin weil sie ist ja auch ganz auf sich alleine gestellt sie ist zwar eine hervorragende Schachspielerin also ich meine jetzt so was Renke angeht so Renke schmieden sie weiß halt schon wie sie sich verhalten muss aber irgendwas ist auch nicht so ganz richtig wobei ich übrigens finde dass das eigentlich ein richtig cooles Ding war mit den Zwillingsschwestern die man nicht auseinander halten konnte dass sie so an Informationen rankommen die sonst niemand erhalten würde krass eigentlich ne hoffentlich folgt mir jetzt keiner dann sieht er nämlich wie doof ich mich hier schon wieder verirre im Heckenlabyrinth aber wie seine Mutter da jetzt ungesehen durchgekommen ist frage ich mich die muss ja ziemlich flink sein ich meine das sieht man doch wenn da jemand mit einer abgehackten Hand total luftgeschmiert und dreckig lang läuft wenn hier alle so geleckte Pinkel sind so Lackärfen verstehe es halt immer noch nicht warum sie das getan hat also beide die wollten sich hier gegenseitig abknallen warum die hat doch keinen Grund dazu oh Mutter my dear Louis at last there you are mother wait I come we have to be quick no wait mother I time is running out Louis first we must no that's enough I won't go a step further unless you explain to me what is going on here I'm begging you talk to me you must trust me my son you are not ready yet you are the one who should trust me tell me what's happening you would never believe me I came all the way here for you now I found you I'm ready mother if only Louis I have always taught you to keep your mind open and logical I know you are going to find it hard to believe but what I am going to reveal to you is entirely true many years ago I found out that demons really do live among us I beg your pardon and that they can influence our thoughts mother listen to yourself I know you are exhausted but for crying out loud listen to what you are saying demons? what next? an ancient monster with a head like an octopus? what do your demons look like? have they got horns and a pointed tail? no these are not creatures with billy goats legs forget your christian folklore imagine them more as parasitic spirits they possess their hosts and direct them from inside parasitic spirits? yes they are capable of going from one body to another as they see fit and two of them are present on this island right so let me guess yeah lord mortimer and sir gregory right you felt it too? no even if home does look the part but I don't know who else could do it given that we're on their territory many years ago well before you were born I crossed paths with one of them since then I've spent my life trying to find it again when we recovered the alizif I was persuaded that von birchert was working for this demon in one way or another but I thought he would hand the book to a middle man during this conference that's where I made an error an error that could well turn out to be fatal the one who birchert was meant to give the book to was none other than the demon in person Mortimer not to mention that home had sent bolner to get it for him home and mortimer are demons? they both seemed to disagree about many things but I'll admit I never knew exactly why there are many of them Louis not just those two mother have you any proof to support any of this? of course but you do too you had everything laid out in front of you didn't you notice anything? anything? Ganz ehrlich, also ich glaube nicht an so einen Quatsch, aber im Kontext hier, mit dem Alasif, mit Cthulhu und so weiter, dieses, dieser Mythos, irgendwie passt es halt ganz ins Bild. Das sind einfach Dämonen, die die Geschicke der Menschheit so ein bisschen lenken wollen. Ich werde mich mal ganz hingeben, diese abstrakten Denkweise. Normalerweise bin ich ja ein Mensch der Wissenschaft, aber gut. Sein Stammbaum. Absolut, das ist ziemlich krass eigentlich, oder? Genau das, das haben wir alles nachgelesen. Eigentlich ist es schon ziemlich krass, oder? Es wird immer besser, die Geschichte. Vielleicht sind da seine Überreste, die können wir dann vernichten. Ich gehe außerhalb der Nachtmutter, Mutter. Sie haben eine ganze Nacht in Konversation, bis in den ersten Häusern kam, Mortimer hat den Test. Er hat charmed den Dämon, und so es hat ihn entschieden, zu sein, für centuries zu kommen. Aber tell me, du findest du his secretes Studie? Ich habe, indeed. Du siehst du his maps der Welt? Er hat Kontext, der Welt über. Das ist echt krass, oder? Wenn man so drüber nachdenkt, gibt es Sinn, irgendwie so ein bisschen. Du meinst die Konferenz? Wie kannst du dir erklären, dass jemand so viele wichtige Figuren zusammenbringt, ohne jemanden zu wissen? Und ohne Sicherheit oder Personnel. Das ist wohl wahr. Louis, ich bin stolz von dir. Du kamst all diese Weise, du hast mich gefunden, du hast mich überrascht. Deswegen wollte sie nicht, dass er das anders rief bekommt. Du hast mich alles, ich weiß. Right. Wie hat es alles begonnen? Ich sah ihn! Was, was du meinst, du sah ihn? Ich war 20 Jahre alt. Ich war jung und carefree. Ich verletzte die Welt in search of adventure. In der Persian Gulf, wir kamen an ancient grimoire, das wurde unlocked. Composiert von 7 parts, each one war ein Buch in itself, set in a sort of metal armor that structured the whole thing. When all the volumes were brought together, they formed a single book. On my return to Paris, I set to studying these pages. I spent all my days and nights studying them. Oh, I can imagine you doing that. But the writing was in a language I had never seen before. Developed well before Sumerian, in my opinion. So I got the idea to form a small occult circle composed of all the major names in the occult world to see if anyone else could crack it. And you found no one. And I found someone, Louis. I found him. Or rather, he found me. He was young, charismatic. He was flamboyant. Ja, Mortimer und Holm bestimmt nicht. Von Borchert. Wait a minute, who are you talking about? Von Borchert? No, no, Mortimer of course. Was, der war eigentlich jung? He was a veritable mine of knowledge. I showed him the book. And he was able to decipher a few passages. We spent several months together studying the pages. Aber ich meine, der war jung. He was already old in those days, wasn't he? So you recognized him when you arrived on the island, right? No, he wasn't in that body. But I know it was him. I swear it was him. The way he spoke, his posture, a few of his intonations, his mannerisms. Wait a minute, you were talking about 60 years ago. I've lost the thread. Yes, sorry. He helped me understand certain passages until I realized that he only translated a few parts for me. But I had aroused his interest. It was too late. How so? I mean to say he manipulated me. He used me and in the end he stole the book with all its secrets. Did he ever go to your place? Not once. At least I don't think so. But before disappearing, he proposed a pact between us. He proposed that I follow him and let him teach me. Allow him to bring me up. And you accepted. Please don't be stupid. You don't make deals with the devil. Weißt du doch nicht. Insistiere. Gegen was vermute ich nochmal? Äh, Notizen. Oh, weiß ich gar nicht. You agreed. And that was before you spoke to me about demons. Wait. The baby we delivered? You and me? That night? In Venice? Did he have anything to do with Lord Mortimer? The child was his son. We stole his son? Are you insane? I always thought we took him to save him. That was the case. It was precisely to save him from his father. Need I remind you the mother died during childbirth? What became of the child? Later. For the moment, that is not the key issue here. Once we found the Alizif in Paris, I followed von Borchert's trail here. I didn't think it would lead me straight to the demon. It was careless of me. He toyed with me for a few days, until I caught on, until I saw him as he was. But he had no intention of letting me leave. We are all his pawns, Louis. And if we don't want to spend the rest of our lives turning round in circles here, we must absolutely get off this island. Alright, can we move on? Wait a minute. One last thing.